George und Charlotte brachten Mama Kate zum Weinen, als sie über die armen Kinder sprachen. Prinz William und Kate Middleton sind 2022 voll durchgestartet. Kate reiste kürzlich nach Kopenhagen, William nach Dubai, und erst diese Woche unternahmen die beiden einen Tagesausflug nach Wales. Während der Herzog und die Herzogin von Cambridge in Wales waren, enthüllte Prinz William einem Zuschauer eine Tradition, die ihre Familie hat, bevor sie im königlichen Dienst reisen. Sie fragen uns immer, wohin wir gehen, teilte Prinz William laut Bipe mit. Und wir zeigen ihnen auf der Karte, wo wir uns befinden. Prinz George, 8, Prinzessin Charlotte, 6, und Prinz Louis, 3, begleiten ihre Eltern selten zu offiziellen Ausflügen, obwohl es gelegentlich vorkommt. George gab sein Debüt auf der Royal Tour im Alter von nur 9 Monaten und reiste im April 2014 nach Neuseeland und Australien. Charlotte gab ihr Debüt auf der Royal Tour, als sie und George 2016 an der Reise ihrer Eltern nach Kanada teilnahmen. Und Louis muss seine Eltern noch auf einer offiziellen Tournee im Ausland begleiten. Das letzte Mal, dass die drei Geschwister gemeinsam in der Öffentlichkeit auftraten, war 2020, als sie eine besondere Weihnachtsaufführung im Palladium Theatre in London besuchten. In jüngerer Zeit hatte Prinz George am vergangenen Wochenende einen überraschenden Auftritt, als er dem Rugby-Spiel der Sechs Nationen beiwohnte. Berichten zufolge verbrachten die Cambridge-Kinder am vergangenen Wochenende auch Zeit mit ihrer Urgroßmutter Queen Elizabeth im Frogmore-Haus. Seit sie vor anderthalb Wochen positiv auf Covid getestet wurde, arbeitet die Königin von ihrem Haus in Windsor Castle aus und hielt gestern zwei virtuelle Audienzen ab. Laut Daily Mail sah die Königin zum ersten Mal seit ihrer Covid-Diagnose ihre Enkel und Urenkel. Prinz William und Kate Middleton brachten ihre drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis und Prinzessin Beatrice brachte ihre fünf Monate alte Tochter Sienna mit. Prinz dic